Hallo Fans, Great Defender kommt zu Borussia Dortmund, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt. Zurück zum Thema, der BVB liebäugelt mit einem Transfer von Meri de Miral, allerdings gibt es zwei Bedingungen, laut dem italienischen Sportjournalisten Mirko Dei Natale. Spielt Der BVB mit dem Gedanken, Meri de Miral von Atalanta Bergamo zu verpflichten. Bei den Langobarden hat der Verteidiger kaum eine Chance. Sein letztes 90-minütiges Ligaspiel war am 4. März. Trotz seines bis 2026 laufenden Vertrages könnte er den Verein im Sommer verlassen, Borussia Dortmund hatte bereits versucht, den 25-Jährigen zu verpflichten. Der BVB hatte den türkischen Verteidiger bereits im Sommer 2021 sondiert. Doch der 37-malige türkische Nationalspieler wurde bekanntlich nicht transferiert, stattdessen Li Juventus Turin in Atalanta Bergamo aus, wo er seit Sommer 2022 unter Vertrag steht. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin solche Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Und das ist eine Umrüstung und eine Umrüstung. Und das ist eine Umrüstung.